Ja, hallo Steffi. Ja, ich bin jetzt in der Praxis, ja. Ja, ich bin wegen dem Patienten null da, wegen Lern-Love-Log. Ich weiß, er hat akute Beschwerden und hat schwere, dramatische Rückfälle. Deswegen habe ich mich ja auch hier jetzt in die Praxis begeben. Und du weißt ja, ich bin in ständiger Bereitschaft und werde den Patienten jetzt schnell behandeln. Und ja, Steffi, du, das passiert. Mach dir da keine Sorgen. Und du weißt ja, wir sind in der Forschung und Rückfälle gehören dazu in der Medizin. Und ich habe damit auch gerechnet, wir sind gewappnet für alles, Steffi. Mach dir da keine Sorgen. Und ja, er ist jetzt wahrscheinlich auch, das sind auch vielleicht kleine Erfolge. Er ist jetzt in die Realität gekommen und hat jetzt deswegen vielleicht den emotionalen Bruch gehabt. Aber Steffi, mach dir keine Sorgen. Ich bin jetzt im Bruch und werde das jetzt klären. Alles klar, du. Bis dann. Ciao.